willkommen bei euch rauche nicht mein name ist robert ein weiteres review ein weiteres teil aus dem hause ennequadromoz der kuma rta von ennequadromoz aus italien auch dort gefertigt hier die original verpackung was kommt hier überhaupt mal mit wir haben natürlich hier den eben schon gezeigten verdampfer wir haben zusätzlich hier noch zwei weitere kammern ja die sage ich euch dann noch mal was es damit auf sich hat wir haben auch der eine oder andere mag das auch immer wieder eine seriennummer inklusive hier eines kleinen zertifikats nennen wir es mal so ersatzteiltütchen und einem haufen airpins da kommt einiges hier mit was kommt hier alles mit wir haben hier mit dabei zwei airpins mit 0,9 mm die sind bereits hier vorinstalliert wir haben zwei airpins mit 1 mm zwei airpins mit 1,2 mm hier finden die übrigens den weg zwei airpins mit 1,4 mm und eine geschlossene luftzug schraube klar damit ihr nicht hier von beiden seiten dann die luftzug heil kommen lassen können sondern eben nur von einer seite der verdampfer selber ist aus edelstahl gefertigt der tank wie man hier sieht aus matten pyrex einen glastank gibt es hier optional schauen wir jetzt mal hier zum aufbau gut wir haben hier oben ein 15er driebtipp hier wieder mit zwei o-ringen gehalten kann man natürlich hier auch wieder sein eigenes verwenden wir haben hier ein bottom fill grundsätzlich ich nehme es gleich mal vorweg aufbau beziehungsweise handling ähnelt sehr dem flashy vapor das heißt ich empfehle immer wieder mal den ganzen hier schon auf einen akku träger zu packen und dann ihr werdet es dann auch gleich sehen einfach hier oben den tank abziehen kommen wir dann ans deck beziehungsweise wenn ich eben jetzt hier nur schraube das ganze natürlich hier dann immer ein bisschen kopfüber halte bin ich jetzt hier bei der befüllung das heißt mega viel platz zum befüllen bis hier oben hin könnt ihr es hier wunderschön befüllen und dann natürlich logischerweise wieder kopfüber verschrauben also das ist eben genauso wie ich es halt auch bei flashy vapor oder auch schon bei vergleichbaren anderen geräten gesehen habe fertig wir haben hier einen o-ring wir haben hier drinnen eben auch einen o-ring versteckt wir haben hier auf der seite ist abgesehen davon dass wir jetzt hier oben wieder so kühlrippen optik hier haben sag immer wieder setzt sich wohl irgendwie durch haben wir jetzt hier auf der seite eine gravierung eine quadro auf dieser seite hier sehen wir eine luftzugschraube hier eine kleine markierung also hier beziehungsweise hier sehen wir die blinde da drinnen die geschlossene hier haben wir eben kuma auf der seite hier schön eingelesert wahrscheinlich keine ahnung hier auch noch eine luftzugschraube und auch hier unten eine markierung machen wir mal auf also hier einfach abziehen hier sind wir jetzt einerseits beim deck wir bleiben aber noch mal kurz hier drinnen wie funktioniert der liquid fluss hier drinnen sind fix zwei tochter schon vorinstalliert die belast hier einfach so über diesen weg kommt dann eben das liquid hier vom tank unten direkt an die watte achtet darauf achtet darauf dass ihr die watte flauschig verlegt denn sie muss natürlich nach oben hin hier schön an diese tochter hier gelangen ist hier viel zu wenig watte im spiel flutet ihr ganz einfach das deck also lieber ein bisschen flauschig ich zeige das dann auch gleich noch mal kurz her wie ich dann die watte hier verlege und es ist problemlos wichtig ist eben ein kleiner druck muss hier oben auf diese tochter ausgeübt werden und das ganze natürlich hier dann übereinander der einfachste weg ist tatsächlich mal leicht übereinander man dreht halt dann ein bisschen in eine richtung und dann geht es nur in einer richtung wunderschön hier hinunter achtung hatte ich aber auch schon dass der untere ohrring sich mal hier mit nach unten gedrückt hat also hier lieber ein bisschen mit liquid befeuchten das ganze schont den ohrring jetzt aber mal zu diesen drei kammern ich muss etwas gestehen ich habe dieses teil bekommen hat gewickelt habe mir gedacht drei kammern sehen alle komplett gleich aus war irgendwie ein bisschen überrascht dass man das hier somit dazu gibt aber sie sind nicht gleich wo unterscheiden sie sich wenn man hier mal so genauer daher sieht in diesem bereich ihr seht hier sieht mal glatt aus hier ist es stufig nach unten und in der dritten variante haben wir das hier so 45 grad noch mal so abgeflacht das heißt es gibt eben hier an sich sonst überhaupt keine unterschiede nur in diesem bereich hier drinnen findet sich eben ein kleines detail das den unterschied hier eben ausmacht da könnt ihr jetzt euren favoriten wählen angepasst welches liquid ihr verwendet was möchtet ihr dann am liebsten hier für eine kammer haben ich bin nicht der große feinschmecker ich war noch nie dieser große feinschmecker außer bei net natürlich extrahiertem tabak merke ich überhaupt keinen unterschied und bei net möchte ich mal sagen vielleicht auch nur weil ich mir ein bilde einen unterschied zu merken da gibt es halt eine bevorzugte kammer für mich aber ansonsten ich glaube in der blind verkostung würde ich auch da durchfallen also vielleicht seid ihr da die feinspitze die geschmacklichen und merkt da was raus ich nicht aber ich freue mich dennoch dass es mit dabei ist denn warum ich verwende manchmal beide 0,9er pins und dann auch immer wieder mal eine 1,2er und eine blinde schraube das wechsel ich ganz gerne und somit muss ich eigentlich dann nur ja das hier austauschen also das hier runter schrauben das hier rauf schrauben kann man eben auch bei vollem tank wunderschön wechseln und es gibt dann keine probleme und ein ersatzteil habe ich dann auch noch hier dabei wie auch immer ich finde es immer gut es kommt mit also es fehlt euch dann im endeffekt und ihr erkennt natürlich hier schon etwas diese schräubchen sind mal wieder nicht allzu groß geraten und werden eben mit einem schlitzschraubenzieher hier seitlich eben eingebracht und von innen gezeigt die luft trifft also hier und hier auf der seite dann zur keul jetzt ein blick hier auf die wicklung auf das deck wir haben hier zwei große schlitzschrauben wir haben hier auch eine kleine hilfe versteckt also hier einfach die wickelhilfe auflegen und dann den draht hier befestigen es ist eine sehr leichte geschichte hier das ganze zu verlegen beim watte thema das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an prinzipiell habt ihr zwei möglichkeiten entweder das ganze so kurz wie möglich zu halten das mache ich ganz gerne oder aber auch so ein s hinein legen werdet gleich sehen was ich meine das ist wahrscheinlich zu wenig watte schauen wir mal geht gerade noch an der grenze zum zu wenig aber jetzt fürs video zum herzeigen passt auf jeden fall also seitlich kommt luft hier an die coil also bitte nicht hier alles komplett hier vollstopfen mit der watte denn dann das behindert natürlich den weg der luft also mein bester rat und so mache ich es immer wieder kurz halten kurz halten fertig wenn das ganze nach oben ein bisschen flauschig nach oben steht ist auch dann genug dann da ich mache das einfach immer so ein bisschen hier so auf dann ist auch hier genug da dass ihr dann noch druck habt um es auf den doch aufliegen zu lassen liegt dann sehr wohl hier so rein so das reicht aus eben oben ist es ein bisschen leicht erhaben genügt vollkommen so liquid drauf und wir befüllen die ganze geschichte ihr seht da habt ihr maximal platz also richtig schön hier voll füllen und wie gehabt kamera ist einfach nur jetzt hier mal im wege einfach oben verschrauben und fertig diese luftzugschrauben haben ja manchmal ganz gerne ein zuggeräusch mit an bord hier bei mir null egal welche ich hier verwendet habe egal in welcher kombination gar nichts zu hören der dampf ist leise mehr als angenehm hat einen sehr sehr guten flash kommt nur luft von einer seite dann verstärkt sich der flash auch noch eigentlich perfekt und nun sind wir eigentlich schon mitten im fazit und das heißt wir dampfen das ganze verarbeitung ist ausgezeichnet selbst beim befüllen hat man ganz ein gutes gefühl das heißt das unten hier ist einfach groß genug um es wirklich schön zu greifen beim auf und zu drehen auch keine probleme ich spicke mal hier ein bisschen immer dicht auch eine gute geschichte vorausgesetzt natürlich hier ist wirklich reichlich watte da drinnen nach oben hin ansonsten kann das deck schon mal auch dann geflutet werden geschmack ist ein bombeneinsatz da gibt es immer überhaupt nichts flash sagte ich schon kann noch verstärkt werden wenn nur auf einer seite ein pin eingesetzt ist mit sicherheit sind die drei mitgelieferten kammern ein großes plus alleine schon weil man da bei anderen herstellern gut und gerne mal extra dafür zahlen muss preislich 159 euro persönlich finde ich es auch in ordnung da natürlich ein kleiner hersteller aus italien und keine massenfertigung und die verarbeitung absolut in ordnung ist seht euch vergleichbare hersteller an das sieht das ähnlich aus in so einer preisklasse negativpunkte die größe der pins mal wieder aber gut das ist halt das ganzen dem ganzen system etwas hier geschuldet wie immer ein bisschen mühsames unterfangen vor allem wenn man kein bastler ist wie ich die schwerkraft im wohnzimmer offenbar stärker ausgeprägt ist als sonst wo in der wohnung ja dann sucht man schon mal länger das triptipp ist für mich persönlich nicht ideal mal wieder ein zu großes lumen manche mögen das aber eben genau so hätte auch gut noch ein bisschen länger sein können aber das war es dann auch schon wieder für mich das waren die plus und minus punkte problem wird mal wieder sein das ganze hier in dem laden zu finden wieder online geschichte da muss man halt wieder auf eine quadro mods die seite gehen im handel wird man das teil so wahrscheinlich wieder mal nicht finden auch wichtig derzeit ist er wohl ausverkauft aber der nächste patch ist bereits in arbeit so das war's jetzt aber wirklich mit dem ene quadro kuma rta hat euch das video gefallen abo abschließen achter lassen bis zum nächsten video macht es gut tschüss tschüss kind abo